Alter 100 Nomad. Schaden. Apollo schreien. Na ihr könnt ja schreien. Wo ist Apollo schreien? Ich höre denen nicht schreien. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Dawn of Defense. Äh, Defines? Defense oder Defines? Also Defines heißt es ja, aber warum? Fragen über Fragen. Egal. So, wir werden Kupfer suchen gehen. Aber erstmal werden wir die Leute platt machen. Und ich werde mir jetzt erstmal noch ein paar Bolzen herstellen. Und ich werde mir jetzt erstmal 1000 Nomad besorgen. Und zwar ganz einfach. Wie gesagt, wir müssen ja noch die Hütte hochwerten. Ich kann ja schon mal in diese Richtung gehen. Ich habe es ja schon markiert, wisst ihr? Habe ich gemacht. So, also. Ich muss ja jetzt nur noch ein paar Böden austauschen. Und dann ist es gut. So, also. Das weg. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Eins. Zwei. Drei. Hallo? Achso. Fehlt mir. Kann ich gleich mal investieren, wa? So. Fundament haben wir schon mal fertig gleich. So. Das Fundament ist gesetzt. Elf Wände. Gut, dann setze ich die einfach mal hier an, wa? Also. Das wären denn die. Aber dazu brauche ich wieder Holz. Mal mal eine. Ich. Ach nein. Na gut. Ich stelle das nochmal schnell hin. Und zwar in Doppelpack. Wie gesagt. Ach nee, doch nicht. Flintstone und Rope. Ach, wie ist das? Wir werden zwei bauen. Weil ich brauche das. So. Flintstone. Habe ich hier auch noch. Ich hatte doch letztes Mal noch ein paar hergestellt. Ich habe da. Aber das reicht nicht, wa? Was brauche ich dafür? Fünfe. Fünf Stück brauche ich. Da. Machen wir gleich mal ein paar mehr, wa? So. Stell mal gleich nochmal innen und dann ein bisschen Holz holen. Weil, wie gesagt, das ist schon ganz schön vile Cash. Ich brauche mehr Holz. So, na denn. Ein bisschen Holz machen, wa? Obwohl. Erstmal mache ich die Leute platt. Also ich schmeiße jetzt noch ein bisschen was drin. Wie gesagt. Und dann versuchen wir, die Leute platt zu machen, weil das geht schneller. Weil, das muss ich erst mal reinschmeißen. Dann muss das verarbeitet werden und so. Ach. Wies ich noch nicht. Machen wir erst mal das andere, wie gesagt. Rüstung und so ist ja da. Fleisch habe ich da. Lebensenergie. Ist ja auch da. Na ja. So. Hoch drinne. Schnell beladen. Aber wie gesagt, wenn wir das doppelt aufbauen, ist das schnell. Fertig. Von allen zwei, schneller geht's nicht. Warte mal. Machen wir mal so. Und das warte schon. Weil das zu wenig ist. Ja, gut. Ich brauche doch noch Holz für die Pfeile. Ach nee, da brauchte ich ja bloß das Hartz. Das Harte. Habe ich ja nicht. Gut. Hat sich erledigt. Unser nächstes Ziel ist... Wie? Das wird nicht angezeigt. Weil wir das noch nicht aufgedeckt haben, wa? Ich bin von hierher gekommen, ne? Wir haben es hier sehen, aber wir hatten das noch nicht aufgedeckt. Ja doch, das war ja hier runter und dann so zackbums hier in der Nähe. Irgendwo war das ja. Aber wir werden es schon nochmal finden. Wir haben es eh mal gefunden. Finden was nochmal. Und es ist ja nicht das Einzige. Moment mal, wir haben das in Richtung Wüste... Ja doch, dann ist das richtig. Wir waren ja auf dem Weg zur Wüste und dadurch habe ich das ja gesehen. Oh, Brandy, nein, ich bin kein Seher. Ich habe es hier sehen von Sehen vor den Augen. Da ist es doch. So wie gesagt. Das will ich so immer wegsnacken oder so von Inferno und dann näht es schon. Da ist es doch. Das war doch ja nicht so weit weg. Vor allen Dingen würde mich mal interessieren, was da drin ist. Ob ich das überhaupt so hier öffnet kriege, ob ich da nicht auch denn irgendwie Kupfer und haste nicht gesehen brauche, um das zu öffnen. Oder öffnen sie mit diesen Speer oder haste nicht gesehen? Man kennt das ja. Hatte ich ja schon durch. Das doof ist jetzt vielleicht vier, wa? Oder generell, das sind jetzt vier. Das ist ja nicht so, wie ich das jetzt gedacht habe. Warte mal, wenn ich da jetzt ruf hier. Kann ich die so wegsnicken? Das ist die falsche Seite gewesen, wa? Nee, das ist die richtige Seite. Ich könnte jetzt von oben runterschließen. Also jedenfalls werde ich jetzt so versuchen. Nee, das ist doch nicht so, wie ich das gedacht habe. Ja, das ist ja nicht so, wie ich das gedacht habe. Warten Sie mal, funktioniert das hochfüller hier so? Tick-Tack von letztem Mal. Die Hasen-Fuß-Taktik. Aha. Der hat jetzt versucht... Ja, der hat es nicht nur versucht, der hat es geschafft. Alter, 100 Nomad! Schaden! Oh, oh. Aua. Na gut, warte mal. Ich muss Sachen korrigieren, die ich noch nie gemacht habe. Dummerweise. Alter, 100 Nomad. Das ist schon ein krasser Schaden, den sie nicht gemacht haben. Na, komm hier. So. Oh, ja. Oh, ja. Oh, äh. Warten Sie mal kurz. Ich verstecke mir mal eine Runde, weil... habe ich gar nicht mehr bei. Das ist jetzt doof. Der Kabin ist in den Krieg gezogen und hat, äh... die Lebensenergie vergessen. Hä? Da ist ja noch einer. Der ist ja clever. Der ist ja rumgelogen. Ich bin der schlechte Schützester, ever. Aber für ihn wird das reichen. Machst du mal ein bisschen Lebensenergie? Aber es waren noch viere, ne? Das heißt, er ist noch da. Da wird er mal rausfinden. Ich lauf mal hier rum und krieg den Speer zwischen den Augen. Wo ist denn der jetzt hin? Der Zweite? Der Letzte? Einer müsste doch noch fehlen, oder? Ich kriege gleich eine auf den Sack. Apollo schreien. Na, ihr könnt ja schreien. Jetzt muss ich gucken, wo ich hier mit den Apollos hin... äh... Apollo herkriege. Ja, gut. Das hätte ich mir denken können, wa? So, das Problem ist... Wo ist Apollo schreien? Ich hör den nämlich nicht schreien. Ach, das ist ja mal doof. Jut, jetzt hab ich die gekillt und hab davon nichts, also... Ach... Das war wieder komplett umsonst. Hallo. Ich weiß nicht, wo ich... dich, äh... Apollo sollen... tun... Meck mich doch. Oh, kicken Sie mal da. Guck mal. Das hat doch was jütet. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Also, jetzt schon, aber... Halt mal fest. Ich muss den Schreien von Apollo finden oder so. Oder wenigstens, dass ich das aufmachen kann. Ich geh nämlich nicht davon... Na, die sind ja bei uns zu Hause. Kaputt. Ich muss erst mal gucken, wie ich das hier mit Apollo mache. Soll ich sagen? Hallo, Apollo! Lass uns mal eine Polonaise machen. Oder so. Ja, gut. Also, Kohle zusammenkrieren ist unser nächster Ziel. Dann muss ich die im Teil noch mal krieren. Aber sie sind nicht unsterblich. Die haben die Hucke voll von mir gekriegt. So, jetzt muss ich erst mal gehen, wo meine Hucke ist. Oh, warte mal. Da hinten ist ja... Ach nee, das ist ja Schreien, wa? Das ist genau... Warte, warte, warte. Ich hab jetzt gedacht, ich hab den Schreien gefunden, aber das... Das wär ja zum Schreien. Naja. Okay. Das ist also der Schreien von Apollo. Hütte aufbauen. Vielleicht... Äh, Moment mal. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Oder wo das sein könnte. Aber das ist nicht Apollo. Hier sind doch so eine Statuen. So ab und zu da. Aber das ist doch nicht Apollo. Das ist doch... Hier, Blitzdude hier. Thor oder der Vater von... Äh, Zeus hier. Das ist doch Zeus und nicht Apollo, oder? Oder hab ich da nicht aufgepasst? Ich glaube, ich hab aufgepasst. Nee, Thor ist der mit dem Hammer. Hat ja damit in der Richtung nichts zu tun. Weil wir sind ja hier in Griechenland. Das ist... Das ist Zeus, das ist das. Nicht Apollos. Ich hab oft hier noch Kampf der Titanen gesehen. Ich weiß, wer das ist. So. Gut. Vielleicht gibt es ja noch andere Statuen, oder so. Können wir uns erstmal um die Hütte. Also, Wände, äh, jetzt. Und Tränke. Muss ich machen. Lebenstränke. Sonst, äh, geht das nach hinten los. Ach, jetzt brauch ich auch noch. Also. Äh. Nee, erstmal mach ich die neuen Roofs. Also hier... Dass die fertig sind, bevor ich hier die Wände mache. Ach nee, das ist ein Jahr. Na so, warte mal. Mach mal erstmal weg. Äh, die muss ich ja auch machen, ne? Nee, die spielen kein weiter. Äh, ja gut. Roof ist ja Dach und so. Ja gut. Macht ja, macht ja Sinn. Äh, okay. Also, ich würd mal sagen, äh... Ich dreh mir mal hier ihn ab. Ist das jetzt richtig herum? Weil die, wenn du immer die Seite und immer die Seite. Ich nehme die, weil die mir als erst angezeigt worden ist. F. Also, normalerweise müsst ihr mir das jetzt, äh, weil... Oder zählt er das auch extra? Ach nee, ist doch richtig. Da. Zwei. Also, das sind wirklich, also... Ihr Dinger mit Fenstern, zählt da nicht dazu. Was totaler Mut ist hier. Weil das gehört doch dazu. Da, seht ihr, das zählt nicht. Weil das sind das für ein Shit. Ich bau das jetzt erstmal so auf. Und werde das dann wegreißen. Später. Wenn ich die Quest geschafft hab. Aber jetzt muss ich das erstmal so machen. Gut. Das Spiel wird das nämlich so. Also krieg ich das erstmal so, wie ich haben will. Das weh hier noch. Warte mal, da fehlt mir das Holz. Da muss ich nochmal ran. Lassen Sie sich mal bitte durch. Dann muss ich noch die Tür machen. Dann kann ich gleich das mit mir da hin sammeln, weil ich brauche ja eh Federn. Baum weg. Bäumchen weg. Alter. Der Wind, der pfeift hier rum, das sag ich euch. Also, wie gesagt, mein Fenster ist ja offen. Und ich hab ja hier so eine Folie langgezogen. Klimalagen, technischerweise. Und die ist irgendwie nicht so ganz auf Spannung. Und die geht mal so. Fumm. Fumm. Aber anders geht das nicht, weil sonst hältst du das hier nicht aus. Draußen ist es warm. Der PC macht Wärme. Also, wenn man braun werden würde, wegen Wärme und so. Dann würde ich voll komisch aussehen. Mit weißen Klamotten und komplett braun. So. Ehm mal hier rin. So. Denn hier rin. Vielleicht geht das ja dann, oder sollte ja dann doppelt so schnell gehen. Hallo. So. Also, äh, nochmal drei Wände. Das reicht nicht. Also, es sieht immer so viel aus. Es ist aber nie so viel. La, la, la. Das ist jetzt eine Wand. Das ist ja wohl bekannt. Aber dass ich hier jetzt keine Pillar setze dazwischen, ist ja komisch. Alter, und das denn? Alles will er wegreißen? Na gut, das Material bleibt ja bei mir. Wenn, dann würde ich ja fast vernünftig machen. Na, eh nach viel noch. Na? So, das haben wir auch fertig. Jetzt muss ich das Tor noch machen. Äh, die, die Tür. Das ist natürlich die Frage, ist das die richtige Tür, oder ist das die falsche? Er sagt mir, an Tür. Das ist für mich Tür. Ja, mit, äh, doppeldings. Also, sagt er mir. Das müsste es sein. Ja, ist es. So, und jetzt, äh, das Dach dazu. Das dachten wir uns doch so. Ähm, das ist das, was? Ja. Nee, das ist das falsch. Ich brauche, ich will er holz. Ja, jetzt einen neuen Stückdieb machen muss, und dann haben wir wieder 1500er zuverdient. Wahnsinn. Aber ich muss dann erstmal die Quest abgeben, ne? So, das sind die. Hä? Doch nicht? Ach, nee, das sind ja Zwischenwände, ich Idiot. Ähm. Das sind Rufs. Nee, das will ich noch nicht. Also, das ist zwar schräg, aber muss, nee. Das sind die, ne? Ja. Und davon jetzt neun Stück. Dankeschön. Fünf. Es reicht noch nicht. Äh, vier Stück noch. Ich glaube, ich muss nochmal Holz holen. Das ist wieder falsch. Äh, ich muss da runterlenken. Da, das ist es. Ich geh nochmal pennen. So, mal. Oh. Nee, doch nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, er zählt das auch, wenn ich das abreiße. Nee, das macht er nicht. Da ist er clever hier noch. Da hat er das erkennt. Na, hier dabei auch hier so ein Dach, ne? Ich mach mal Holz. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Was ist nochmal los? Sag mal, ist das die falsche Seite? Kann das sein, ja, ne? Das sieht aus, als ob das nach außen muss, oder? Nee, doch nicht. Wenn ich so was nach innen haben würde, ich glaube nicht, dass die Zoe gewesen. Oh, guck mal, da ist wieder Kupfer. Wir haben wieder Nachschub. Schub, schub. Wie gesagt. Muss ich ja hier alles abklappern, wegen das hier mit Apollo. Muss ich nochmal kicken. Weil, wie gesagt, ich hab das noch nie in Angriff genommen. Ihr habt auch nicht in Privatform. Nee, nee, habt nicht. So. Ausdauer. Ausdauernderweise. Dann muss ich auch nochmal für die Pfeile in den anderen Waldjeden da das andere Holz rausholen, ne? Ich brauch ja das andere Harz. Das harte Harz. Gleich mal mitnehmen. Wenn schon mal da ist. Rüstung kammer fertig. Einzelt für watik das jetzt noch brauche. Ist es für Nähe oder enthalten für Munition? Juhu. Oder vielleicht einschmelzen und dann verkaufen. Oh, das sollte ich mal nachschauen. Vielleicht ist es ja da ein bisschen mehr wert, wisst ihr? Wo weit denn deren hin? Bei der Macht von Krabin. Kehre zurück. Ich hab doch schon hier so Energized. Alter. So. Ah, ist schon ehens wie Zentimeter groß ist der Würfel schon. Aber das dauert noch eine Weile, weil wie gesagt jetzt muss Altstein sein. So, da die Hälfte rin. Ne, warte mal. Ich sollte erst mal hier rin schmeißen. Ja, weil da ist nämlich bloß noch drei Holz drin gewesen. Ist ganz gut. So, jetzt kann man Holz. Oh, mehr ist es nicht. Also, ich hab gedacht, dass es mehr ist. Was für eine Enttäuschung. Also, äh, weiter geht's. Oder auch nicht. Weil das sind ja bloß vier gewesen. Ach, du Schilder. Da fehlen noch zu viele. Ich geh gleich noch mal Holz sammeln. Das bringt ja alles nichts. Oh, warte mal, wenn ich das hier... Ah, ne, gut, ich muss das ja trotzdem erst mal verarbeiten. Ich wollte das gerade wegreißen und sagen, oh, dann kann ich es ja hinstellen. Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht? mehr Holz. Wir waren in der einen Richtung. Vielleicht die auch mal in die andere Richtung. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt Richtung Wüster. Was ist denn das andere? Ach, ne, da waren wir ja auch schon drin gewesen. Das war ja der Wald. Oh, jetzt haben wir ja auch bessere Rüstung. Vielleicht sollte man wirklich da noch mal rinschauen. Da waren ja auch noch eh in zwei Punkte. Aber erstmal machen wir das Tier fertig. Eh ins nach den anderen. Und vor allen Dingen mache ich erstmal Lebensenergie. Da sollte ich mir mal ran setzen. Das soll ja nicht so schlecht sein, wie man gesehen hat, wenn man sowas hat. Das war es schon. Tatsache. So. Auf zum Endspurt. Ja, hier, wir haben es. Das war's. Na, verdienen wir uns mal schnell die Kohle, wa? Hallo, guck mal, ich bin fertig. Also nicht fertig, aber ich hab's gemacht. Bin... Alter, 1500. So. Alter, 3000. Was muss ich denn da machen? Ja, Great Smelter. Ja, gut, das ist ja das, was ich machen will, aber... Ist ja noch nie möglich. Na, warte mal. Nee, das ist ja nie der Great Smelter. Ist normaler Schmelzer, anders kann ich mir das noch nie leisten. So, wie gesagt, 6000. Das ist ja schön. Müssen wir noch ein bisschen. Achso, und ich wollte ja nachschauen hier wegen dem Kupfer, weil nicht das eine Schmelzer einfach mir das bringt, wa? Aber so viel ist das ja nicht mehr, wa? Ob ich das mit dem Kupfer zusammenkriege? Also möglich ist es, oder? Und wenn das bloß 100 Nachschritte sind, das ist mir egal. Dann samm ich mir ein bisschen Kupfer und dann ist es gut. 26, was kriegt der noch für? Vor allen Dingen, ich wollte grad sagen, hab ich weggeschmissen, ich Idiot. Das war ja eigentlich mehr gewesen. Echt jetzt? so wenig? Das sind 13. Das ist ja weniger, als ich gedacht hab. Also, viele, viele weniger. Mit allen, was ich habe. Das ist ja Witz. was ist das, was ist das? Hier ist ja auch noch mal Fläsch. Was sind die Pfeile? Bin ich doof? Alles nochmal zurück. Dann mach ich jetzt mit den Kupfer Pfeile. Brauch ich ja so oder so. Ähm, Holz nochmal zurück. Dankeschön. Wir müssen mal ein paar Pfeile herstellen, war. Weil wie ist, vielleicht haben wir da ein paar Köpfe zu sch- Achso, da braucht, stimmt ja, da war ja was. Ich packe die Pfeile zurück. Stimmt. Ne, warte mal, ich kann ja. Ach, mach mal. Ich hab gerade so überlegt, ob es sich jetzt lohnen würde, nochmal schnell das Holz holen zu gehen. Aber so lange kann ich nie warten halt. Achso, das ist das Hartholz, deswegen kann ich das nicht verarbeiten. Dit is a Grund. Warte mal, apropos Grund. Grund Zen. So. Na. So. Also. Heiltränke. Die Bären rausholen und dit weiße Zeug. Die könnte jetzt eigentlich hoch, äh, rausgehen und auf der anderen Insel mir dit andere Zeug holen. Wo muss ich? Ich hab ja, oh. Das ist ja ja nicht viel. Naja, soviel dazu Tränke machen wir. Dit war halt mit den Tränken. Und diese Blumen muss ich mir auch noch einsammeln hier. Naja. Vorbereitung gesallt. So, erstmal leer machen. Das sollte genühen. Dit lass ik hier. Ne, warte mal. Zurück. Eh, man mit Pufens. Ne, ist doch nicht. Hä? Ik hab eben gedacht, ik hab dit. Der hat noch nie umgeschwenkt gehabt. Der Dreck hier, der. Jetzt hat dat. Ich hab die ganze Zeit wie meine selber in die Schaut. So. Na denn. Hau unsere rennen, ich muss weg. Die Ferne zieht. Sieht mich Richtung. Obwohl, ich könnte ja erstmal hier nachschauen, und hier, hier ist doch bestimmt auch was. Vielleicht ist ja Apollos da zu finden. Sag mal, kann ich das hier nicht markieren? Ne, kannst du nicht. Nee, geht nie. Gut, EAL. Muss auch nicht. Warum sollte man Sachen markieren können? Ist ja total sinnlos. Ab los. Die Weite. Ne, warte mal. Die Weite. Ne, obwohl, das ist ja... Ne, das brauche ich nicht. Aber das brauche ich. Das werden wir unterwegs sammeln. und Tränke herstellen. Das ist eine ganz clevere Idee. Das machen wir. Warte ich nicht. Hau, mach ich mir. Ganz einfach. Und wer wie ist, vielleicht finde ich ja nur ein oder andere schöne Ding. Manni, Manni. Ah, ich lofe jetzt hier durch. Die sind ja, also langsam sind die. Und du kommst auch mit. Nahrungstechnischerweise. Sag mal, nahrungmäßig sollte ich doch mal ganz kurz die 6 drücken und mal kurz in die Anien. Ja. Ich hab's ja nicht umsonst gemacht. So. Beeren. Ich tu mich nicht beschweren. Ich habe schöne Beeren. Und mach mir jetzt einen Trank. Oder zwei oder drei. Einen. Ich mach mir einen Trank. Ich muss ja bloß die Ding sammeln. Genau die. Dem ist ich ja wala. Ich sammle auch die blauen haben und brauchen. Und wir wissen ja, wie schnell die weg sind. Ach so. Ach ja, stimmt ja. Der macht das ja nie automatisch. Die muss ich ja jedes Mal runterziehen. Ich würde jetzt gerade sagen, warum wird das jetzt nicht immer mehr? Frechheit. Unterschlagung. Da unten sind noch ein paar werden gewesen. Watt, 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 watt. Ja, ja, ja. Ist gut. Bist viel zu langsam. Mit dem auch aber auch bloß immer richtig treffen. Damit gleich da nicht wieder aus. Moins. Tschüss. Auch unseren. muss Meta machen. So, schwinde Bären. Schön. Schön Schmackofatz. Guck mal, bin ich hier noch richtig? Das sieht doch schon wieder in Richtung Wüste aus, oder? Ja. Ist das richtig? Da lang. Der Kami möchte nicht in die Wüste. Der will an der Wüste vorbei. Um zu schauen, ob er da noch was findet. Apollo technischerweise. Da hinten ist aber auch noch was. Oh, seht ihr? Da ist schon mal eh ins Wappersuchen. Wie gesagt, haben und brauchen. Na, vielleicht finde ich ja Mr. Apollo. Keine Ausdauer. Da werden wir mal schnell überzüppeln. So. Und ich sollte darauf achten, dass ich immer abspeichern kann, ne? Also, nicht abspeichern, sondern pennen kann gegen Nacht und so. Sonst müsste ich ja jedes Mal nach Hause laufen. Ist ja totaler Blödsinn. Ah, la, la, la. Ach, ne, da unten eine Zeichnung. Ne, da will ich ja nicht hin. Das ist nicht mein Weg. Obwohl, warte mal, das ist ein normaler Tempel. Also, das ist nicht da, wo wir drauf waren. Und kicken kann ich ja mal. Ein paar Bolzen haben wir. Rüstung haben wir auch. Jüte Waffen haben wir. Also, jedenfalls sieht das nicht danach aus. Vielleicht ist das ja doch. Ach, Mensch. Wie könnt ihr mich denn sehen? Ich sehe euch noch nicht mal. Ihr seid Cheetah seid ihr. Oh, das ist schon wieder so ein... Ach, das ist genau dasselbe. Na, gut. Ist doch dasselbe gewesen. Sorry, tut mir leid. Das war eine Verwechslung. Kann ja wohl mal passieren, oder? Seien sie mal nicht so nachtragend. Wir hören uns auch mit Steinen zu schmeißen. Sonst fangen wir an mit Pfeilen zu schmeißen. Na gut, 20 brauche ich. Bräuchte ich ja so. Also will er raus. Bin ich raus oder bin ich noch drinnen? Ja, ich bin raus. Leute, ich bin raus. Wo ist es? Siehst du geradeaus ist da auch noch was? Da wird mir noch was angezeigt. Mal schauen. Mal gucken, was das ist. Ein Weg. Ein Weg ist schon mal schön. Jetzt sagt er mich seit da lang. Ja gut, wenn er das jetzt sagen tut. Na, da ist ein... Oh, ein nächster Tempel. Ein neuer Tempel. Die sehen anders aus. Vielleicht ist es ja von Apollo. Alter, 90. Rinn in den Kopf. Jawohl. So ist es richtig. Rinn in die Luzi. Gut. Ja, das ist Handarbeit. Oh, die halten ein bisschen mehr aus. Aber nicht viel genug. Nicht so viel, wie ich ihn einschwenke. Der Schwenker. Oh, was haben wir denn hier? Das ist nicht dein Ernst. Hab ich nicht. Krieg ich nicht. Wie ich sieht nie, wo ich das herkriegen soll. Also jetzt. Gut. Aber ich hab den gleich erstmal das fürchten gelernt. Und das ist angezeigt bei mir. Also das nächste, was ich mir herstellen muss. Aber ich würde darin kommen. Also ich muss mir das nur herstellen. So kann ich jetzt erstmal mit euch ein bisschen die Gegend abklatschen. Um zu schauen, was so Phase ist. Aber hier wird ein Schmier sein, weil es wird ja auch nichts mehr angezeigt. Richtung Süden. Guck mal, da sind lauter kleine Inseln. Aber da werde ich wahrscheinlich nicht rüberschwimmen können, oder? Nee, das ist viel zu weit. Und wir wissen ja, schwimmen mäßig ist nicht so. Oh, ja. Da bist du, ja. So, jetzt müsste ich mir ja so ähnlich wie Tränke machen können. Ist das nicht schön, dass ich die Tränke mal nochmal neu zuweisen muss, obwohl ich das schon gemacht habe? Ist ja toll, ist das. Aber gut. Was willst du? Das ist Klänigkeiten. Das kannst du ja wohl machen, oder? Da brichst du dir ja nicht den Arm ab. Noch nicht. Bei Globi ist nichts mehr, wa? Also rein theoretisch. Oh, 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 oh. Was denn das? Das ist noch die Wüste, wa? Also ich kicke da rüber und ich würde sagen, das ist die Wüste. Aber das sieht ja nicht so wüste aus. Das sieht Strand nie aus. Geh mal am Strand lang. Vielleicht ist es ja auch Strand. Es sieht auf jeden Fall Strand nie aus. Das ist, ähm... Nee, ist nicht Strand. Weil, kipp mal, ich bin ja schon da drauf. Da ist eine Insel. Aber das ist zu weit, wie gesagt. So, als Vergleich schwimmt der Kabin mal. Da sieht er, wie schnell der weggehen tut. Obwohl... vielleicht da hinten an der Ecke, dass ich da vielleicht mit voller Nahrung das schaffen könnte. Und wenn ich das langsam schwimme. Das könnte möglich sein, oder? Oh, was ist denn da? Da sehe ich auch noch mal wieder was. Da habe ich doch wieder was entdeckt. Naja. Ah, siehst du? Das ist doch Apollo. Der da oben drauf. Ist das korrekt? Ich glaube schon, ne? Also, ich glaube, das ist Apollo gewesen. So, und da haben wir auch schon wieder was. Und da ist auch noch mal was. Ich kann ja erst mal aufdecken. Naja. Machen wir keine Opern hier, ja? Oh. Wir sind wo es denn? Hey, hey, hey. Erst mal deine Steine da, wo sie sind. So. Aber gut. Ich muss ja da ran, um die zu triggern, die platt zu machen und um das freizusetzen, ne? Also. Ah. Sammel die. Sammel mein Tod ein, wollte ich gerade sagen. Aua. Warte mal. Hat den an Stein geschmissen? Nee, so nett. Naja. Sterben habe ich mich noch nicht vor. Oh. Jetzt bejacken die sich. Oh. Kiecheln. Ja. Ablenkung ist immer gut. Kann ich mich sammeln? So, warte mal. Lebensenergie kommt. Schwert ist wieder da. Ja. Ja. Ja, toll. Der nächste Schreien, den ich nie öffnen kann. Naja, gut. Aber erst mal will er neu aufgedeckt. Oh, da ist auch noch mal so ein Tempel-Dings. Da hast du auch noch mal. Oh, hier ist eine Kiste. 100 Münzen. Gratis Münzen. Sind schöne Münzen. Ich muss weg. Also, Ena hat es überlebt. Oder auch nicht. Vielleicht wurde er ja auch gekillt. Wies man ja nicht. Ah, ja, 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 ja. So, hier haben wir das nächste. Ah, wie gesagt. Man muss ganz schön dicht dran, dass das aufgedeckt wird. Da ist will er was. Alter, das... Nee, äh. Da ist eine Medusa. Entschuldigung. Wie es nicht bietet so ist, wenn ich die jetzt anknatter. Entschuldigung. Musst du husten. Aber ich glaube mal, dass mit dem Bogen vielleicht ja nicht ein Problem ist oder so. Aber ich werde es jetzt noch nicht machen. Ich werde es noch nicht. So, hier hast du auch noch was. Ah, Athletik. Was ist denn das jetzt hier? Oh, hier kann ich ein Portal öffnen. Ambrosia 400. Na klar. Knochen. Ich glaube mal, das Schöne ist, ich glaube, will er in diese Richtung. Und ich weiß nicht, ob es die Richtung ist. Na, das ist der Schreien. Da ist auch noch mal was. Aber wie gesagt, hier ist auch im Grunde Medusa gewesen. Knochen. Medusa. Was ist die jetzt hin? Hau ab. Vielleicht kann ich die auch wieder bei ihm abwischen. Oh nein. Die hat aber noch nicht so mitgekriegt, ne? Hau ab. Ich glaube, ich muss denen erst mal zeigen, wo der Lachs hängt. Gut. Gleich ist noch da. Ah, der Blödsinn. Ich sehe die Eite schon wieder nicht. Und der geht mir um Pille, Mann. Ich habe noch nicht vor zu sterben. Hätte ich jetzt nicht sagen sollen, was? Ah, da ist so ein Dude. Und da ist die Eite. So. Vielleicht schaffe ich das ja. Ah, die teleportiert sich oder was? Warte. Und in die Oma. Ja. Ne, ne, nicht, Freundchen. So nicht. Sie hat mich entdeckt. Ja. Oh, alter Falter. Unfair. Ja. Würde ich versuche, den erst mal hier wegzukriegen. Oh, ne. Sie ist schon wieder da. Sie ist schon wieder da. Ne, doch nicht. Ey, Kapsel! Ich habe Leder gekriegt. Schönes Leder. Schön doof. So, was ist denn jetzt der andere Dude hin? Haben die sich gegenseitig gekillt? Also, ich hätte jetzt nichts dagegen. So, jetzt gehe ich erst mal da hin. Ach, das ist vielleicht so ein Ding gewesen. Na ja. Kostet mir 20. Ist jetzt nicht das, was ich haben will. Aber das war das auch nicht, wahr? Das ist die Kiste hier. Oder ist das eine Kiste? Was muss das da sein? Ach, das ist so. Ach, das ist doch. Ich habe gedacht, ich war jutet. Ja, Kiste oder sowas. Fürwärtet sich lohntut, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Und dann kriegst du so ein Stück Leder. Gut, so kriegt wenigstens am Großjahr. Also, wenn ich das überlebe. Und die haben bessere Pfeile, ne? Also, wenn ich das kriege. So, den habe ich erst mal geplättet. So, das ist ein Riesenkopf, aber da ist ja nichts. Halten wir fest. Hier ist sehr, sehr viel nichts. Wieder. Oder ich sehe das nicht. Vielleicht sehe ich es auch bloß nicht. Aber das kann man beheben, indem man sich hier ein Bett baut. Und abspeichert. Soll auch gut sein gegen sterben und so. Falls man sterben sollte oder so, dann hat man die Möglichkeit, nicht so weit laufen zu müssen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das werden wir jetzt machen. Nicht, weil der Karbinjakin haben wir mitbejagt. Kann der... Ja, kann er, macht er. Ah, so ein primitiver Hammer kann ab und zu mal helfen. Bauen. So, ich brauche eh ein Stück Holz. Na, das kriegen wir zusammen. Aber dann kann ich wenigstens die abspeichern. Ist das der andere Toilz? Ne, warte, das hatte ich ja schon versucht. Stinkt normale Toilz. Also. Penner. Check. Speichern. Äh, Möglichkeiten schlafen. Gut, ich lasse das erstmal hier stehen, wie ihr sagt. Weil ich ne weiß, wie weit ich hier komme. Und ne, so weit laufen will, falls ich sterben sollte. Man soll den Teufel nicht an der Wand malen, aber man weiß ja nicht. Aber ich muss dann, wenn ich nach Hause komme, daran denken, dass ich mein Bettbild aktivieren muss. Ja. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Macht euch einen schönen Tag. Der Kabin ist jetzt erstmal raus. Tschüss.